einen wunderschönen guten tag zurück zu einer weiteren folge diablo 4 so wir gehen los warum haben wir keine skelette mehr das gefällt mir nicht hier wir brauchen skelette interessant also dieser sensen angriff der ist ja okay ja gold ist immer gut wichtig wir brauchen aber hier ist doch gerade was weg gerannt oder denkt jetzt so jetzt habe ich 44 von 4 glaube mehr kann ich zurzeit nicht haben glaube viel so das maximum kann ich dich jagen nee schade auf jeden fall noch interessant gewesen armbruchsschützer er enthoff was heiltränke werden von gegnern ist eingelassen automatisch eingesammelt so wären ihr okay mehr geht nicht schade aber gut wir gucken mal weiter oder lag doch was oder lag hier nicht gerade was ist hier nicht irgendwas bling bling hingefallen mir war so okay okay dann halt nicht ist auch nichts weiter dann können wir ja jetzt richtig mitbekommen habe hier noch mal kurz mehr ist hier nicht aber warte mal wir können hier hoch gehen was ist denn hier nur eine große ohne truhr lehrlings zauberstab haben wir den jetzt aufgenommen schaden pro sekunde okay ein neues aussehen frei bringt uns das überhaupt was ich glaube nicht ne wir gucken mal was uns dieser zauberstab bringt weil ja durchsucht die tiefe natürlich hopp 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 okay auch dort geht trotzdem obwohl wir hier so einen komischen lehrlings lehrlings keine ahnung was haben aber hier ist nicht viel ne ah wow was war das denn haben wir die automatisch angezogen das wird mich jetzt mal interessieren nein haben wir nicht warum nicht schaden bei wieder wieder was schadet bei wiederverwertung ein neues aussehen frei ich hätte die doch angezogen gegenstands so jetzt müssen wir mal gucken gegenstandsmacht zwölf gegenstandsmacht 25 angriffe pro sekunde 1,2 1,1 okay ist langsamer schaden pro treffer 14 14 bis 20 auch nur ne 14 bis 22 okay ein ticken glückstrahl glückstrahl ein leben beim tod eines gegners 2 prozent glückstreffer chance okay und wir haben einen punkt gemacht wir könnten jetzt eine zweite fähigkeit freischalten damit wir diesen punkt freischalten können ich würde das sogar fast machen würde das jetzt erstmal nehmen dann haben wir nämlich das hier ressourcen um mächtige angriffe zu ermöglichen kernfähigkeit verbrauch okay so aber wir brauchen okay ihr seid wieder voll ich nehme auch an ne hier geht es gar nicht weiter das ist äh dass dadurch meine leute geheilt werden nämlich hoffe ich doch mal vorwärts wenn da wo wird wo wird aber hier ist nirgends wo was hm okay hm zwei drei skelette zwei drei skelette ist natürlich nicht gerade doll ne kleine truhe thomas das ist ja auch wo wir das ist ja das ist ja ja das ist ja das ist ja noch nicht aber so wie das ist ja So, Hallöchen. Noch wer hier? Ja. Kann ich die irgendwie? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Kann ich die irgendwie steuern, dass sie nach Punkt X laufen? Aber das wäre mir eigentlich sogar viel lieber, die vorzuschicken, ne? Hallo, jemand da? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo einen Boss. Oh, da haben wir schon wieder ne... Oh, was ist das denn? Da haben wir schon wieder was bekommen. Rüstung und Stärke geht hoch. Finde ich gut. Finde ich gut. Und wir haben einen Fähigkeiten. So, jetzt ist die Frage... Oh, der ist freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir hier natürlich verschiedene Möglichkeiten. Erhöht eure Maximal um drei. Warte mal. Na, das möchte ich jetzt... Kann ich jetzt so... Äh, drei Essenzen sammeln? Also noch mehr? Oder? Nee, das ist das. Oh, nee. Nee. Kann ich wieder zurück... Kann ich es nochmal zurücksetzen? Geht das irgendwo? Zurückschalten? Ja, perfekt. Werft eine Blutlanze. Ein Gegner... Äh... Allen anderen betroffenen Gegnern? Okay. Entzieht Gegner Blut, was sechs Sekunden... Sechs Schaden verursacht und erzeugt eine Blutnova, die Schaden verursacht. Der Schaden der Blutnova von Blutwoge erhöht sich um 10% pro blutle... Was? Blutentleertem Gegner. Aha. Was ist das hier? Ein Phantom von euch stürmt vorwärts, greift mit seiner Sensor an und verursacht Schaden. Zurückkehrt, erneut angreift und Schaden verursacht. Entfälzert eine konzentrierte Pest, die neun Schaden verursacht und einen verunreinigten. Hm. Was haben wir hier? Beschwört ein Knochensperr aus dem Boden, der Schaden verursacht und Gegner zurückschlägt. Das hier, Glückstreffer. Euer Schaden verfügt über eine Chance von 4... Von bis zu 4% an der Position des Ziels eine Leiche zu erschaffen. Aha. Gegen Bosse verdoppelt sich diese Chance. Mhm. Das wollen wir dann, glaube ich, später sehen, weil wir können ja das hier auch noch hoch machen. Ne, Basis, Basis. Und das könnte man ja dann auch noch pushen. Was ist denn... Gegner und Fügtigen? Kann man das nicht irgendwo steigern, dass man... Jetzt brauchen wir 4 Fähigkeiten. Brauchen wir jetzt insgesamt 4 oder noch 4? Weil da ist die Frage, wenn wir hier noch einen aktivieren, können wir da runter? 3 Essenzen ist natürlich... Eure Kernfertigkeiten kosten 3% mehr Essenzen, aber verursachen mehr Schaden. Denn bis zu 15%. Uff. Das hört sich auf jeden Fall gar nicht so schlecht an. Auch das hier mit dem Glück grundsätzlich. Das steigert sich ja anscheinend. Weiß hier auch nicht schlecht an. Ich weiß noch nicht, ob ein Leiche zur Zeit das Positivste ist, was wir brauchen. Warte mal. Wir haben jetzt eine Fähigkeit. Das ist... Blutige Ernte. Roh getroffenen. Gegner. Deswegen, ich weiß nicht, ob die... Die hier hinkommen. Oder die. Aber ich würde fast sagen... Ich nehme die Blutnova. Okay, das ist wirklich das. Aha. Und das auch. Okay, das sind also die Spells, die wir jetzt hier noch... Nehmen könnten auf der rechten Seite Essenzen kosten. Dann würde ich ja fast wirklich... Ja, wir brauchen... Wir können es ja gebrauchen, ne? Ich würde fast das Phantom nehmen, oder? Und eine Verunreinigung... Und ein verunreinigtes Gebiet zurücklässt, das im Verlauf von 60 Schaden verursacht. Oh. Insgesamt gesehen... Neun... Ja, ist das höher? Das wäre... Ich bin mir nicht sicher, was wir nehmen sollen. Also das ist ja... Kern und Blut. Wir haben... Basis... Dunkelheit. Das wäre ja so mehr oder weniger diese Schiene. Das haben wir ja hier schon. Aber warum können wir... Können wir das nicht benutzen? Doch. Wir haben ja schon zwei, fällt mir gerade so auf. Was ist, wenn ich jetzt hier noch einen reinpacke? Ah. So fruchtet es. Ich muss die Fähigkeiten gar nicht nehmen. Ich müsste auch diese nicht nehmen. Dann könnte ich jetzt sagen, ich nehme nicht die, sondern verstehe. Okay, die Frage ist, gehen wir auf Dunkel oder machen wir einen Mix aus Dunkel und Helligkeit? Jeder Einsatz von Schnitter macht Gegner... Was macht Gegner? Zwei Sekunden lang. Jeder vierte Einsatz von Schnitter macht Gegner zwei Sekunden. Wieso Gegner? Das ist doch dumm. Mehr Schaden für jeden Diener, der... Was? Den ihr beim Wirken besitzt. Die sitzt... Okay. Pest verlangsamt Gegner? Das ist gut. Oh, verlangsamen wir uns immer gut. Okay, wir nehmen mal Pest einfach. Und schauen jetzt mal. Ähm... Jo, guck mal. Hallo? Jemand zu Hause? Ja? Zwei-Hand-Schwerg? Okay. Aber mehr ist hier noch ja nicht, oder? Ein-Jero-Bild. Hm, ich höre wieder was. Jo. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, oder? Würde ich jetzt so sagen. Hier liegt noch Gold. Hier waren wir. Gesundheitsbrunnen. Okay. Dann geht's tief, ey. Warum sind wir nicht gleich hier lang marschiert? Höllenbrutgänge. Aha. Guck mal. Guck mal. Aha. So. Hallo. Noch wer da? Hey, hör was? Oh. Also das ist mit der Fläche finde ich schon mal nice. Warum nehm ich das nicht auto... Ich dachte, ich nehm das automatisch auf. Hm. Gute Tag, gute Nacht. Ich finde also gerade die Gegneranzahl irgendwie im ersten Moment noch ein bisschen wenig. Kann natürlich sein, dass das alles noch sehr viel mehr wird. Oh. Oh. Okay. Okay. Okay, jetzt ist... Das ist halt jetzt die Frage. Okay, wir haben eine Karte, das ist schon mal gut. Aber es sieht ja fast so aus, als wenn hier oben dann nichts weiter wäre. Da ist noch ein einfacher Deutsch. Mit dem noch einmal erstmal. Okay, dann war es da wirklich nichts mehr. Das macht ja jetzt der einfache Deutsch plus 5. Okay, zwei Händler nehme ich nicht in die Hand. Weil ich glaube, für uns ist eigentlich... Ein Schild und eine Einhandwaffe ganz gut. Aber wahrscheinlich ist eine Sense für uns optimal. Okay, das sind so eine Art Beschwörer, ne? Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Okay, hier haben wir wieder... Äh... Sowas. Lololololololololololololololol.... Aber hier sind noch wenig Kisten, find' ich. Also... Hm. Wasch mir jetzt auch mehr erhofft, ne? So an Kisten im Allgemeinen irgendwas zum Kaputt prügeln. äh, Kammer, der Berufung finde ich natürlich nicht uiuiuiuiui okay, da geht's hoch geht's da wirklich hoch? ne wir gucken erstmal einmal im Kreis bevor wir uns in die Mitte begeben das könnte nämlich schon ein bisschen heavier werden interagieren ah ah ich bin noch nicht bereit okay wow kein Problem kompär hmm also für mich ist es der Kampf jetzt schon ein bisschen na aufregen ist das, wer ist denn das? x-fall der vernarbte okay uuuh geschafft nice, nice ach, Kuh wenn wir Kuh wählen ist das so eine Kugel und die nehmen wir automatisch ah nice so, was haben wir jetzt hier? hallo okay guck mal, wo wir sind guck mal, wo wir sind so, dann gucken wir jetzt erstmal, was wir hier haben ähm, es hat äh, zweihandschwert magisches, normales Schwert finde ich schon mal gut die Russi macht natürlich mehr der Helm wir hatten noch keinen ähm jo du 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 ja, ist jetzt die Frage wir könnten natürlich auch so machen, oder? geht das? ne, ach so ah, ne, 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 ne das ist ein zweihandschwert auch ah aber könnten wir einen einhand dold? ne, geht nicht schade das geht nicht zwei Einhinder zu haben aber, Fähigkeiten Buch der Toten was ist denn das? Skelettplänkel ach so wann wir was oh okay und die können wir auch ihr könnt einen zusätzlichen Plänkelkrieger was ist das denn? können wir das gerade wählen? jedes Mal, wenn ihr einen kritischen Treffer erzielt ist der nächste Angriff eurer Plänkelkrieger ein kritischer Treffer und versucht mehr Schaden dieser Fäck kann nur einmal alle drei Sekunden auftreten der kritische Treffer erhöht sich um 5% aber ihr könnt keine Skelettpläger mehr auferstehen lassen nope also das klingt das klingt beides du ah, ich muss mich entscheiden oh, okay, okay, okay ja, dann nehmen wir das erstmal würde ich sagen vier Stück würde ich sagen reichen so jetzt können wir natürlich hier noch wählen und ich gehe trotzdem weiter mit der Sensor noch nicht erlernt wenn ein Gegner der von blutiger Ernte getroffen wird innerhalb von zwei Sekunden stirbt erhält erhaltet ihr drei Sekunden lang 30 von der oh, mies das ist wirklich gut Blutiger Ernte Tötet Gegner die weniger als Fungel haben sofort nicht bei Bossen und Spielercharakteren okay, es gibt also ein PvP er schafft eine Leiche unter dem erst getroffenen Gegner kann nur einmal alle fünf Sekunden stattfinden okay Abbruch das würde ich erstmal so lassen ja weiß halt nicht ob das hier noch mehr bringt aber ich tippe mal schon gut dann ab nachher ach wir sind ja gleich zu Hause perfekt oder naja zu Hause zu Hause ist jetzt übertrieben würde ich sagen äh können wir hier einfach Sachen verkaufen äh oder geht rechtsklick ja hier so und wie kann ich jetzt reparieren kann ich das jetzt hier irgendwo reparieren oder äh ablegen äh vergleicht verlinken nee hm es hat naja gut es hat 100 von 100 ne also noch habe ich hier glaube ich nichts oder kann ich hier Materialien naja ich hätte wahrscheinlich eventuell Materialien draus kriegen können ne egal ja kannst du mal sehen die alten Ruinen sind sicher eurem Dorf droht keine Gefahr mehr wirklich beim Licht ihr wurdet vom Himmel geschickt naja ich weichen aber wir wir haben kein Geld dafür haben wir heißen Eintopf gute Gesellschaft und du leint auf ein Getränk spült den Eintopf damit herunter es wäre uns eine Ehre wenn ihr uns Gesellschaft leistet auf unsere Retterin Party ein das geht das ist das 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 ist So schwer bin ich doch nicht. Also wenn ich ein Druide wäre, okay. Baba, okay. Aber doch keine einfache Totenbeschwörerin. Und warum? Hm. Was? Das finde ich jetzt gar nicht witzig, was jetzt hier passiert. Okay. Okay. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses und er, der gefesselt war. Wurde befreit. Radmask-Hofizeiung. Oh. What the hell? Okay. Okay. Interessant. Ach du heile, er ist ja voll mit Blut und ... Boah. Beim Blut der Mutter ... Beim Körper der Mutter ... So ... Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen ... Bevor ihr sterbt ... Ach so, ich bin nicht in Wirklichkeit tot. Ich bin noch nicht so weit. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Böge das Licht uns schützen! Verlorene Seelen! Ihr alle! Okay, wir haben aber gerade was bekommen, oder? Oh ja! Oh! Oh! Oh ja, 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 ja! Gut, zwar die Schicklichkeit, aber auch das kann ich wahrscheinlich gut gebrauchen. Jetzt seid ihr gesegnet, wie wir! Was? Das waren alle. Ah, okay. Das ist das Licht zum Willen. Okay. Okay. Wahnsinnig! Diese Ketze haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Okay. Welch übel ist das? Blüten? Aus Blut? Sie... Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Möglich. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. So, meine Skelette. Was ist... Was ist das denn? Oh, was habe ich denn jetzt hier geöffnet? Okay. Ne, 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 ne. So. Oh, weiter hin hier, wa? Haben wir die Leiche schon durchsucht? Ne. Wahrscheinlich. Kapellenschlüssel. Natürlich. Ähm. Best abgeschlossen. Belohnung eines Helden. Vier von sieben. Hm, 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 hm. Hier ist jetzt nichts mehr los, wa? Okay. Na dann, ab in die Kapelle. Achso, ich wollte was gucken. Genau, kann man. Ausblenden. Den Kopf. Das wäre schön, wenn man das ausblenden könnte. Irgendwie was? Äh. Bearbeiten. Abgelegt. So fix. Im Plänen. Seht hinein, aber beeilt euch. Ich mache die Fackel bereit. Ja, ich würde aber gerne... meinen Helm nicht anzeigen lassen. Das finde ich nämlich bläh. Wozu habe ich eine Frisur, etc. PP. Kann man euch das hier irgendwo... Ach, es gibt einen Shop, na toll. Äh, egal. Äh, kann ich das hier irgendwo einstellen? Gameplay. Äh. Äh, Barrierefreiheit glaube ich nicht, oder? Äh, Geräusche der Waffen, nope. Heute... Okay. Steuerung. Ähm... Schriftbrüte, Sprache, nope, 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 nope. Grafik vielleicht doch bei der Grafik irgendwo. Aber es sieht nicht danach aus, ne? Also, ich habe hier nichts verändert, ich lasse das einfach so, wie es ist. Ähm. Nope. Hm. Hätte ja, wenn dann überhaupt beim Gameplay das vermutet, oder? Äh, ja, Tutorials, Schadenzahnzeichen, Hoffenburg. Nee. Gibt es hier irgendwas mit... Fertigkeiten, System, Screenshot, Frame, Frame, Blablabla, Blablabla. Nö. Also, ich würde jetzt sagen, ich finde da nichts. Das finde ich dann schade. Hey, was ist mit dir los? Ich habe den Dorfprichter gesucht. Er hat keine Zehntabgaben mehr geschickt, und ich wollte wissen, warum. Als ich mich dem Dorf näherte, spürte ich eine Dunkelheit rund um die Ruinen. Also sah ich nach. Ich fand die Leiche des Priesters. Dämonen. Dumm wie ich war, suchte ich Zuflucht in Nevesk. Und aß ihr Essen. Den Rest kennt ihr. Okay. Guten Tag. So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Hm. Gut. 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 Schändlich. Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht im freiesten Söden. Widersteht! Widersteht ihre Ver- Oh! 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 Barney, ich bin es. Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Oh! 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 Sie sind Emma, Mutter. Die ersten von vier. Geh zur Trockenstelle und setz deine Vorbereitungen vor. Begebt unser Wart. Wie bin ich hierhergekommen? Wie bin ich dort zugestoßen? Ich sah eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahmen heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen zu überleben. Helfen? Sie nannte sie ihre Kinder. Und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Nein, das kann nicht sein. Ich muss der Kathedrale Berichterstatten. Hör zu, im Osten befindet sich ein Eremit. Ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten. Aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Okay. Bringt ihn zur Kathedrale in Kiovashat. Dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. Oh ja. Dann haben wir ja Einen neuen Weg. So. Ach, da sind wir auch schon draußen. Boah. Ich finde das immer nur so schön mit dir. What ist das? Was? Altäre von Lilith sind in ganz Sancturario versteckt. Sie verleihen allen Charakteren? Irgendwas. Ich habe nicht schnell genug gelingt. Geschicklichkeit wurde für alle Charaktere auf diesem Realm erhöht. Erhöht. Aha. Okay. Y. Y. Oh. Sammlung gibt es auch. Okay. Eieieieieiei. Eieieieiei. Ein Spektrum Inhalt enthalten können. Ein Spektrum an Inhalten enthalten können. Okay. Also kleine Dungeons würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Danke. Du hast was denn? Gab es denn nicht noch irgendwas? Schickes. Okay. Hm. Schau dir, schau dir, schau dir. Aber so ist es. So, jetzt haben wir natürlich die Karte. Jetzt ist die Frage, ob wir hier noch alles absuchen. Ich hätte ja fast gesagt schon. So, die Schnelle. Das geht ja relativ fix. Muss man dazu sagen. Okay. 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. I'm trying. Pony trying. Oh. Aua. Eieieieiei. Ich habe Kuh gedrückt. Wo sind wir jetzt? Da sind wir gestorben. Da müssen wir wieder hin. Haben wir hier irgendwie Leichen? Nup. Das ist jetzt das Problem, glaube ich. Das ist ja keine Leiche. Ah. Da haben wir zumindest zwei Leichen. No, no. Nicht nochmal. Nicht nochmal mit mir. So, was haben... Oh, was haben wir denn hier bekommen? Gegenstandsmacht 40. Widerstand gegen alle Schadensarten. Nice. Stiefel? Stiefel, Stiefel. Rüstung. Bewegungsgeschwindigkeit geht auch nach oben. Und was will ich mehr? Ja, die Haltbarkeit ist jetzt natürlich von allen Gegenständen um 10% runtergegangen. Na toll. Aber dann haben wir jetzt hier auch alles durchsucht, ne? Von Bershi, Bershi. Ja, passiert. Sterben gehört bei Diablo dazu. Muss man leider so sagen. Ähm. Und ist ja auch korrekt so, dass man auch mal stirbt, ne? Wäre ja langweilig, wenn man hier einfach so durchrennt. Jetzt haben wir irgendeinen Boost bekommen anscheinend. Okay. Das war's schon. Okay, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Hm. Da ist eine Truhe. Also ich nehme noch alles mit. Muss man dazu sagen, ne? Weil ich glaube ich kann auch alles gebrauchen. Oh, die haben wir auch umgelegt. Na toll. Da, 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 da. Es ist natürlich sehr dunkel, finde ich, oder? Kann das sein? Level up. Na, nicey, beisy. Sehr schön. Können wir da rein? Nope. So, wir sollen ja nach hier irgendwie Also ich würde mal bis zur nächsten Zone weiterlaufen wollen. Okay. Habt ihr auch schön gemacht. Sehr schön. So. Oh. Spinnen. Spinnen sind natürlich Spinnen sind natürlich Bäh. Okay. Das war ein Buch, oder? Was wir da gerade bekommen haben. Kann das sein? Überqueren. Okay. Sind wir jetzt in einer neuen Zone, oder? Ne, die neue Zone beginnt da oben. So viel steht außer Frage. Aber ich würde sagen. Ja, guck mal. Hier haben wir da noch was. Schön, Platte macht. Und zwar so richtig schön. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Das war gerade richtig. Sehr schön, Jungs. Und jetzt. Dunkle Potential. Töte als Beschwörer innerhalb von... Keine Ahnung. Irgendwas. Okay. Haben wir gemacht. Perfekt. Irgendwelche Bücher, die wir gerade, glaube ich, bekommen haben. Tiefel. Oh, sind wir voll. Schwert. Na dann. Klettern wir mal wieder hoch. Und dann würde ich sagen. Machen wir an der Stelle für heute Feierabend. Und machen dann morgen weiter. Daher danke für's Zusehen. Und... Shurelyee